Hallo! Hallo! Wo sind wir denn hier? Wir sind nördlich von Outshorn, bei den West-Epreve Wasserfilmen. Wahrscheinlich sprechen sie wirklich nicht aus, aber egal. Und man findet das auf der Karte. Dann zeig die uns mal. Die Karte? Nein! Die Wasserfilmen. Ja. Ja, bitte die einmal aufstehen. Hier kommt das Wasser etwa 80 Meter weit runter. Hier wird in diesen kleinen Pfahlbettchen aufgepannen. Diesen malerischen kleinen See. Hier ist alles wunderbar grün. Die Steinwälder sind gegrüht. Ich weiß zwar nicht, wie sich die Pflanzen und Bäume da falten. Manchmal fallen wohl auch öffentlich durch ab. Wie man an Baumständen im Tal. Aber alles ist irgendwie sehr beeindruckend. Wie hierher zu kommen, müssten wir über eine etwa 11 Kilometer Lampe, sogenannte Gravel Road, also so eine Schotterpiste, in dieses Tal rein fahren. Und dann mussten ein Tor passieren, dort 42 Rand Einfluss bezahlen. Und die restlichen Wasserteile mussten möglicherweise laufen. Es lohnt sich. Vielen Dank. Vielen Dank.